Heute werden wir das Motorrad von meinem Papa anstarten, eine ukrainische Nepri. Die stand jetzt 7 Monate. Schauen wir mal, ob wir es anmachen. Was machst du da jetzt? Den Joker ziehen, auf beiden Seiten. Aha. Benzinhorn aufbauen. Okay, ja. Ein Saft. Ja, hat sie. Mit Kickstarter, so wie die XT von Bernd. Schauen wir, was sie macht. Nix. Nix. Nix, sagt sie schon seit 7 Monaten. Nochmal nix. Das ist so ein Schrott Motorrad, das ist unglaublich. Das ist aber eigenes Forum. Nein. Wie gesagt, das muss man mögen. Was sagt ihr? Der Suzuki Fahrer. Nicht der Ernst. Nicht der Ernst. Nicht der Ernst, Alter. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Du hast die Schmolz dafür. Jetzt komm! Suzuki. 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 Suzuki Swift. Wo wollt ihr das? Mit Gas, mit Gas. Mit Gas? Ja, ja. Spitze, ja? Spitze, Meister. Ja, die hat ja keine Batterie. Schau, die hat ja keine Spannung. Die hat ja keine Batterie. Die hat ja keine Funken. Zehn Kult. Sie liebt gerade, Alter. Die ist kaputt da rie. Ja, nicht. Ja, nicht. Da ist die Kult. Die ist kaputt da. Die ist kaputt da. Sie lieb. Sie lieben. Sie lieben. Sie lieben. Sie lieben. Sie lieben. Das ist kaputt. Das war's für heute. Das ist sehr hoch!